So, Ladies and Gentlemen, wir sind hier im Theater Aachen. Es ist unglaublich, die siebte Herbstemotion für die Horse-Beats-Stiftung in Aachen. Publikum ist unglaublich, der Saal ist der Wahnsinn, so viele Künstler. Und jetzt seht ihr, was Aachen so drauf hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.